Kurstan ist eine viel größere, also eine Geografie viel größer als Deutschland, also von Bergarab bis Mesopotamien, Süddebene Mesopotamien, von Urmia See im Iran bis Taurus Gebirge im Westen, so etwa 550.000 Quadratkilometer. Dieses Land hat man so willkürlich und sehr arrogant, verbrecherisch hat man also wirklich diese Völker aufgeteilt. Zum Beispiel früher gab es kein Jordanien, gab es kein Irak, gab es kein Syrien, gab es kein Saudi-Arabien, Kuwait und diese alle künstlichen Staaten wurden vom Engländer und mit Hilfe von Franz Rosen gemeinsam erstellt. Iran, Irak, Syrien und größten Teil Kurdistan ist in der Türkei. Und wir haben Unglück in diesem Land auf die Welt zu kommen. Wir haben keine Möglichkeit unsere Bodenschätze zu haben, also die Kurden, in der Türkei besonders, auch in Syrien. Im Irak zur Zeit haben wir die Möglichkeit unsere Bodenschätze zu bewerten. Alle kurdischen Namen wurden während der Zeit Kemal Atatürk alles türkisiert. Geografische Namen auch. Dersim ist Tunjili geworden. Also 1915, 1916 haben die Türkei Kemal Atatürk und der Kemal Atatürk praktisch und von seinen Gedanken. Gut, man sagt Etat Teraki in Türkisch. Die haben 1,5 Billionen Armenier, eigentlich ein christlicher Kulturvolk, massakriert. Und sie haben die Leute auf einem, also willkürlich zusammengetrieben und in Salzwüste in Syrien deportiert. Und bei dieser Deportation wurden sie als Vogel freigegeben. Wegen irgendeinem Goldzeug, also ein Ring oder irgendein Zahn haben die Menschen getötet. Dieses Volk, Armenier, haben ein Genozid 1916, 1516 erlückt. Kaiser Deutschland hat Augen zugedrückt. Und diese Mörder, die am Berg waren, die waren befreundet mit Deutschland. Und deshalb hat Deutschland damals kein Wort über diesen Völkermord gesagt. Die Türkei hat alle christlichen Völker entweder vertrieben oder einen Völkermord gemacht. Die Schwarzmeerküste lebten die viele Griechen, griechische Abstammung. Und die wurden als 2,3 Millionen Menschen wurden deportiert. Ins Meer geworfen praktisch. Also dann Armenier weg, Griechenberg, Assyrer, auch ein christliches Volk, die wurden auch massakriert. Die Kurzen sind Moslem. Verschiedene Konfessionen haben sie. Also in diesem Dersim lebten nur alle politische Kurzen. Aber die Türkei hat, nachdem ihren, sagen wir, christlichen Völkern dezimiert waren, und versuchten die Kurden zu dem Staat zu integrieren. Besser gesagt, assimilieren. Die Kurden, die sich nicht assimilieren wollten, die haben 1924, 1925 einen Aufstand gemacht, unter Herrschaft von einem Scheich, Said. Und da war der Stadt, der türkische Stadt sehr brutal, hat diesen Aufstand, also militärisch brutal geschlagen. Und tausende Menschen wurden getötet. Also man, genaue Zahl weiß man nicht, aber man spricht in der Literatur, 15.000 Kurden wurden in dieser Zeit ermordet. Dann 1930, in Berg Ararat, war auch ein kurdischer Aufstand, wo man, man wollte kurdisch als Muttersprache anerkannt haben, man wollte in der Türkei leben, aber, ja, als Kurde, die Türkei hat diesen Aufstand mit Hilfe, auch mit Zusammenarbeit Iran, geschlagen. Also 1930 schrieb vorwärts, mit der Niederwerfung des jüngsten Aufstandes im persischen und türkischen Kurdengebiet wird das Schicksal der Kurden als Volk in der Geschichte des modernen Orients für immer besiedelt sein. 4. Mai 1937 hat Kemal Atatürk befohlen, dass Dersin militärisch türkisiert wird. Das heißt, also militärisch, man muss die Stämme, die gegen Türken stehen oder Türkentum dort stehen, die muss man dezimieren und die anderen türkisieren. Es gab 1937, 1938, 70.000 Menschen wurden ermordet, Giftgase angewendet, die Kurden, die in den Berg hören, sich als verschanzt. Also ich bin 1937 auf die Welt gekommen und natürlich habe ich nicht alles miterlebt, aber meine Mutter hat mich also mit sich in die Berge verschanzt und monatelang, also war sie im Wald. Ich war ihr einziger Sohn und sie hat später mir erzählt, wo sie sich also mit mir versteckt hat und wie sie von oben in der Ebene diesen Massaker gesehen hat, wo die Menschen zusammengetrieben waren und diese Menschen einfach getötet und verbrannt. Oder einfach so liegen lassen. Der Herr Erdogan, der Ministerpräsident der islamische, praktisch Ministerpräsident der Türkei, sagte, wenn es in der Literatur ein Beispiel gibt, dann entschuldige ich mich. Aber meine Damen und Herren, er hat in Ankara, als er das gesprochen hat, seine Militär hat Dersin bombardiert. Willy Brandt ist da auch in Warschau, hat er sich gekniet und dann eine Entschuldigung gegeben und die Menschheit erkennt, was der Willy Brandt dort, also welche Großzügigkeit gezeigt hat. Ich habe immer diese Geschichten als Kind von den Menschen gehört und meine Bücher, die ich, also erste Bücher, die ich verlegt habe, habe ich also Geschichten diesen Massaker erzählt. Die schwangeren Frauen, die Soldaten haben einen Wettkampf gewettet. Diese schwangere Frau hat ein Junge oder ein Mädchen und haben sie mit Bayern retten aufgeschnitten und diesen Menschen so brutal war es. Dann die Türkei hat 1937, 1938, also nach diesem Massaker, zehntausende Kurden auf Westen deportiert. Die Offiziere haben die, die unter den Toten gebliebenen Kinder und so, die alle mitgenommen, um als Türke zu erziehen. Die Türkei hat diesen Kasernen, die damals unsere Menschen, also diesen Völkermord, Genozid, gebracht hat, umfunktioniert als Schulden. Und in diesen Kasernen haben wir jeden Tag, wir müssten schwören, ich bin Türkei, mein, äh, ich bin glücklich Türkei sein zu dürfen. Jeden Tag in der Schule, Beginn der Schule, Unterricht, so haben wir also. Heute, meine Enkelkinder, sagen gleichen. Allerdings, also vor einem Monat haben sie irgendwie diesen Schwur abgeschafft. Vielen Dank.